hallo wir sind heute bei der schwulenberatung hier in berlin bei mir ist marcel de croat der geschäftsführer der schwulenberatung was ist die schwulenberatung was macht ihr wollt ihr euch mal kurz ein bisschen erklären ja wir bieten unterstützung beratungen betreutes wohnen hilfe für schwule männer für trans menschen und für intermenschen an was macht ihr dann alles also wohnprojekte habt ihr auch beratungsprojekte habt ihr und ja wir verstehen uns ein bisschen als ansprechpartner für ein teil der community und mache viel beratung machen gruppenarbeit machen längerfristige betreuung wir haben das flüchtlingsheim auch für für die gleiche zielgruppe und die wollen sag mal ist das nicht das schwul lesbisch oder inter sein oder trans sein thematisieren sondern auch selbstverständlich voraussetzen und eher gucken wie wir die probleme lösen können wir machen gerade so eine tour die heißt ja selbstbestimmt leben wir haben es auch ein bisschen auf berlinerisch übersetzt mit allen nach ihrer faison was heißt das für euch oder was heißt für dich selbstbestimmtes leben was was an was denkst du da also ich denke daran dass unsere zielgruppe wir das haus auch dass sie die möglichkeit haben eigene wohnprojekte oder eigene projekte zu realisieren und selber bestimmen können wie die leben also wie die auch ihren alltag gestalten wollen und was ist da für dich entscheidend als wir nutzen rat uns mitgeben würde es als partei also ich finde man muss es ernst nehmen und ich merke hier im haus zum beispiel das thema schwul sein das thema trans sein ist kein thema das wird als selbstverständlich vorausgesetzt es ist ein schutzraum sowie sowie für die zielgruppe und das ist unbedingt wichtig und ich denke davon brauchen wir für mehr in berlin herzlichen dank